klinger Ja, guten Kinder alter So, erstmal den ganzen Scheiß hier. Boin! Weg, weg! Liss'n da noch? Boin nicht, alter! Ich steh mal fucken so und okay tränke Spitzsack ist okay, dann komm weg Das hatte ich nicht, aber wo ist es in meinen Dingen? Was? Was hast du hier noch? Ich schaue gerade, ach da ist die Kette, Fessel brauche ich nicht, oder ist die Fessel für irgendwas gut? Ja, die brauchst du für die Endgätschwelle. Ja, jetzt habe ich die schon weggebrochen. Egal, findet man bestimmt wieder Glibber, habe ich noch. Ja, das sind diese aus Anfang Kisten drauf, ne? Jo. Das ist aber schon ein bisschen Gefahr, findet man die nicht mehr. Ja, finden tut man sich schon, aber wer will die Scheiße suchen? Alles klar. Bam. Jetzt habe ich einen Kupferhelm. Danke für die Farbe. Geil Ding, man. Jetzt wüssten keine mehr kommen, Alter, genug Meteoriten abgebaut. Und jetzt dürfen wir bis zur Nacht wieder warten. Ja, komm, ich stelle hier mal was schönes auf, komm. Was ist das für ein Banner? Ich spritze dich. Small. Guck mal wie blau du geworden bist. Das liegt aber nicht daran, dass ich Alkohol trink. Meinst du dieses kleine Ding reicht, Alter? Ne, ne, ich wollte ihn auch größer machen. Aber diese Schleims dachten so, äh, ne, der braucht... Das ist ja eigentlich nur, um die Hände zu dutschen, oder wenn er auf dich zurennt. Ja, der wird mich eh wieder anal penetrieren. Wenn du bei dem stirbst, belamierst du dich aber echt krass. Alter, ey, Solo geht das so easy. Solo geht das so easy. Ich weiß nicht, warum ich hier die ganze Zeit verrecke. Ja, die haben halt doppelt so viel Leben, aber es liegt einfach daran, dass sie unkonstensiv spielen, also gut. Ich kann mich die ganze Zeit auf deine hässliche Stimme hören, Alter. Oh, du bist aber echt Kriller gestorben, Mann. Alter, ey, vor allem du, ob ich nur Scheiße, guck dir diese Waffe an, die ist ultra klein. Du hast eine Mini-High-Scheiße, das reicht auch. Rückstoß minus 15, ja, minus 11, Alter. WTF? Ja, komm her, du hässliche... Ja, porte dich auch noch so, direkt vor mich. Ey, es ist dein Server, ja, also du hast dein Server lagst, ne? Nein, hab ich nicht. Ne, 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 gestern war ich noch deswegen ein Faggot. Äh, letzte Woche. Wie dein Herz, dein Anus dahinter herrollt, Alter. Ey, ich hab den Kopf abzuschießen. So, hier, sterb den Motherfucker. Ich bin einfach irgendwo rum, so dadadadadadadadadadada. Kommt aber zurück? Nein. War da. Auch nicht. So, das war's. Das müsste reichen. Am besten ist halt immer hier unten auszuweichen, denn dann kannst du wieder hoch wieder nach oben. Du hast halt Speed dazu. Hörst du komplett aus, Aua? Ich werd eh wieder draufgehen. Wetten. Ich hab noch kein... Ich hab kein Bossfight... Bossfight überlebt, Alter. Das ist zum Kotzen, ey. Boah, ey. Wie haben wir beide nicht überlebt, komm. Heute bin ich richtig salty, Alter. Ich weiß nicht. Really? Ich hab noch mal eine Kippe machen, Alter. Ich hab noch mal eine Kippe machen, Alter. Ich komm heute aus Salt Lake City, ey. Schau mal, ob ich den Angler hier irgendwo finde. Sind die Quests wichtig? Du kannst halt Sachen... Wenn du angelst early, bevor du überhaupt... Sag mal, du spielst grad das Spiel zum ersten Mal, ne? Ja. Also weißt du, zum ersten Mal, du kennst es... Du spielst es von vorne und du angelst die erste Stunde nur. Du kannst schon eine Spitzhacke bekommen, die ist so gut wie in der Hölle. Okay. Du kannst Schwul bekommen. Du kannst durch Angeln wirklich jedes Zeug. Du kannst, äh... Äh... Ist jetzt echt nach unten gefallen, was so ein Wasser hat. Du kannst Tsunami in der Bottle holen. Du kannst halt alles, alles... Was? Tsunami in der Bottle? Ja, das ist halt die Duffelsprung, halt nur mit Wasser im Arsch. Da kommt so Wasserspitze raus. Ja, hammergeil. Du kannst alles bekommen. Du kannst sogar eine Waffe bekommen, die ist besser als deine Technologien. Du kannst als Angeln wirklich alles bekommen. Du kannst halt diese Crates sammeln. Alles klar, dann werde ich... Okay. Aber komm nochmal mit, ich zeig dir noch was. Hier. Was würdest du mir zeigen? Ich werd da nicht komplett runter gehen, ich weiß was da passiert. Wenn du, wenn du an die Bücher rechtsklick machst und du Glück hast, ist da ein Zauber dabei. Schon am Anfang und der Zauber-Character ist ein Arschloch. Okay. Nichts, nichts. Hier, keiner drin. Ab und zu, wenn du Glück hast, ist da schon ein Buch drin. Waterbolt. Waterbolt ist so okay. Okay. Das soll hier schon mal Lichtschalter sein. Ja, da vorne. Das ist ein Licht, wow. Das ist ein Premium-Licht. Das ist ein Premium-Licht. Leuchtet schon den ganzen Raum. So. Willst du dir nicht Fackeln aufstellen? Auch mehr. Ja, gut. Können wir machen, aber... Ich mach den eh mit geschlossenen Augen. Ja, du lässt mich wieder carry'n. Carry'n oder sterben? Ja, tanken. Ja, das könnte sein. Ey, das mach ich nicht. Ja, das macht der von selber. Ja, weil das Wichs-Game ist, Alter. So. Warte, bis es Nacht wird. War lang, Mensch. Ultra boring. War da hinten Wasser? Für die Zuschauer, aber nicht für uns. Wir können so chillen, weißt du. Ja, vielleicht schneide ich das. Jo, machst du, oder? Wahrscheinlich. Was war das, was du da gerade gemacht hast, dieses Wasser? Was ist das hier? Slime Cannon, ne? Ja, Slime Gun. Verspitzt. Das ist so ein Deathmade, so. Richtig unnötig. Was hat der überhaupt schon an? Nee. Nee, das fährt nur. Also, wenn man zwei davon hat, kann man so Fight machen. So, ich mal dich an, yay. Hammergeil. Da siehst du, wie siehst du die Farbe so von dir weg geht, so? Jo, was ist das? You are slimy and... Sticky. Hammergeil. Boah, boah, boah wer, boah, boah... Ja, wir kriegen geradeоеins, was ich noch machen könnte, was uns noch mehr helfen würde. Zack, jetzt gewinnen wir. Ja, das könnte echt sein Ja, wir werden eh gewinnen Weil du den wieder snacken wirst Und der wird mich snacken Ich baue einfach mehr Wand unten drunter Dass die Kugeln schön abprallen Teamwork Ich habe jetzt bei mir im Singleplay Habe ich jetzt Ding ins Gelegt Diesen Zerstörer Der ist easy, man Wenn du so AO überfasst, ist es echt easy Ich habe halt die Shadowflame Deggers benutzt Und die prallen halt Ja, die prallen halt jedes Mal an dem ab Und prallen wieder auf den drauf Und das die ganze Zeit, das ist so OP Hast du noch irgendwie Holz oder Stein Oder irgendwas, das du dich zum Baum benutzen kannst? Ja Ja, dann kann ich auch was machen Ja, an den Seiten halt Ein bisschen Abstand lassen So ein bisschen viel Damit die Kugeln schon abprallen Wir werden da drin eh nur ausweichen Das heißt auch, wenn jemand da drin ist und stirbt, dann backpoppen Wow, wie geil, die Schüsse ist einfach abprallen Wow, 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 wow Das ist so lustig Bam, ich bin vor der Kletterfe Man hört deine Tastatur gar nicht, Alter Echt? Warte, ich mach mal so, dass du es weißt Ja, aber ich kann es nicht verbinden Weil ich hab halt nur Sand Das fällt halt runter Hast du sonst nichts mehr? Ah, ich hab noch einen, Alter, okay, pass Das heißt aber auch, wir kommen hier nicht raus, ne? Aber warum willst du da raus? Nur Pussys rennen weg Ja, oder sterben Pussy Ah, der prallt aber nur einmal ab, ne? Ja, aber das reicht ja Bei doppelgeballern Ja, okay, stimmt Ich wollte jetzt gerade mit R nachladen Leuch Counter-Strike, ne? Hab ich jetzt gespielt, die Tage wieder Heute Lächert nicht so überhaupt Ich war AK, ganz normal, ne? Und dann, äh, Dingens Mach ich so ein Match Mein Score war 1124, so Negativ Und ich steig auf, so So, jetzt, jetzt bin ich hier MG2 So richtig lustig Genau deine Elo So lächerlich, Alter Ja, ist, nein, Alter Eigentlich Gold Nova 4 So ist so die passende Elo Ne, würde ich nicht sagen Das war früher so Aber jetzt, wo sich alles geändert hat Du kommst ja Früher warst ja Du fängst eigentlich Silber an Wenn du bad bist, halt als Beginner Mhm Und kommst dann halt Gold Nova 1 Das ist schon für so ein Beginner Eigentlich recht, okay Jetzt ist es halt so Wirklich jeder Fact Kommt sofort Gold Ja, Gold ist echt easy Seitdem du das geändert haben Mit diesen Boah, dann hatte ich heute So eine Premium Runde, Alter Immer, immer wenn es Also ich hab die ganze Zeit Kacke gespielt, ne? Aber immer wenn ich der Letzte Gegen 3 oder 4 war Hab ich die weggerockt So immer nur da Weißt du so 4 und 1 so Kein Problem Pierre Regelt 3 und 1 Und da war so jemand in meinem Team So ein Engländer Also der hat halt extrem englischen Akzent gehabt Was übel sexy ist Muss ich mal sagen So Also wenn irgendeine Weib gerade zuschaut Englischer Akzent Ruft mich an Ähm Ding jetzt Der hat mich hinterher Klatschmaster genannt So Kein Ding Klatschmaster Regelt So Und dann Und dann so So ganz normale Weißt du Normales Match 3 und 3 Ich leb noch so So einer kommt direkt vor mir Weißt du Mein Mauszeiger ist schon so auf dem Kopf Und ich zieh nur so runter Alter So richtig wie in der Hand Aber mittlerweile gibt's so Stellen Auf Inferno zum Beispiel Wenn du in der Mitte bist Gibt's so ne Stelle Alter Richtig geil 4 und 1 geklatscht 3 weggemacht Und dann hinter so ner Säule Der schießt so auf mich Geh so hinter die Säule Guck nach rechts Guck nach links So war mega lustig Hardcore gelacht Musste wieder aufnehmen Am Dingensarm Echt jetzt? What the fuck? The fuck? Ja jetzt wird er gefickt Ja siehst du den Schaden vom Abprall alter? Ich bin einfach ein Genius Alter der macht echt gut Schaden Okay der Fallschaden war scheiße von mir Der Fallschaden war scheiße von mir Ich denke ihn Ich denke ihn Ne brauchst du nicht den Schaden Einfach wieder gut zu ziehen Ja Hüpf runter Ja so ein bisschen So ich hab den Arm Oh lol Weißt du ich falle oft den Fehler Bin im Spiel Also was meine Schuld ist Ich vercheck ab und zu wo mein Zeiger ist Jo Das ist weil du den Rot hast Also wenn der schon so viel Schaden macht Oh das war ein fetter Teleport Aber von wo kommt der jetzt? Hast du das verstanden? Ne Keine Ahnung Ich hab ihn halt gekillt ne? Weißt du wie einfach ist es Geld mit dem Ding zu killen was du grad hast? Ja die ganze Zeit oben drauf hüpfen ne? Ja aber wenn du zwei Fliege hüpfst dann bist du irgendwann oben Ja ja ich weiß wenn ich den nicht ausziehe Ich würde es denn jetzt ausziehen sollen jetzt gehört zu mir danke War so klar Ja Hast ihn wieder aufgehoben so Äh wie schaffe ich das da durch? Den hab ich Den hab ich bei mir auch im Play Lol What the fuck Ich hab grad von hier Lol Von da oben Schon Das ist fall schon hoch Boah Erstmal so lebe reduzieren Ja wir müssen als nächstes echt Herzen sammeln Eigentlich habe ich schon recht wenig Herzen man Wir haben gar nichts halt da Hast du starke Tränke? Nein Normale Wieso krieg ich den ganzen Dumpfalschauen Ok das mit dem Tropfen können wir eh vergessen Weil wir haben die zugebaut ja Ja stimmt Was hab ich noch so gekriegt? Abgesehen vom Sattel nichts eigentlich Ja ein bisschen glibber Ropes Oder so Keine Ahnung Ich bin gleich Vollarte Von Damage her müssen wir nicht klatschen Aber ich denke halt Wenn du uns ein, zweimal triffst mit dem RIP Fokus die Arme zuerst Das ist leichter dann Ja ja ich weiß Weil wenn der uns trifft macht der jetzt Fettscharme ne? Mhm Wenn ich wieder sterbe ne? AFK Erzähl mir wenn du kurz noch sterbest verpiss dich Mach ich auf Krieg ich Indie hin Wenn wir beide sterben hier Wer will da wieder hinkommen? Ich? Ganz easy ey Ich? Wir sollten hier lieber im Bett stehen Erstmal ein Bett bauen Wir haben ja noch nicht mal in der normalen Hütte ein Bett Alter Ja Ich mein jetzt wenn wir beide sterben ist es echt RIP Aber du denkst du wir schaffen es wieder bis hierher zu laufen Aber wir könnten schon wir müssten halt nur bisschen Erde fahren und dann oben ne Brücke machen bis hierher Hahaha Ist so richtig behindert ja? Was say So dass die ganze Welt so müllt nur mit Erde alter Bist du ready? Ja Der spawnt noch nicht Muss komplett dunkel sein Ja 7.30 Uhr Wenn du Uhrzeit hast Der leider nicht Alle Bosse spawnen erst ab 7.30 Uhr Achso Machst du ne Uhr dabei? Mhm Ja ich hab keine Uhr Es gibt ja diese Ingame-Timer die du da kriegen kannst irgendwie so Ja Hier Dingens äh Das beste ist auch am Anfang erstmal zum Wasser zu laufen Und dort die Truhen zu machen Also wenn du ganz neu bist Ganz nach rechts oder ganz nach links gehen Dort die Truhen holen Weil da ist relativ geiler Stuff drinnen Ja Du musst erstmal bis ganz nach links ganz nach rechts laufen Ja aber am Am Anfang geht das eigentlich Naja würde ich nicht sagen aber für am Anfang Ja